hallo und herzlich willkommen willkommen zu einem nächsten let's flash und zwar spielen wir mal age of war das ist mir immer so unter den nagel kommen und ja genau ein bisschen werbung machen hier per einem spiel geht es halt darum dass man hier so die ganzen level überstehen wir spielen das erstmal auf normal das ganze mal ein bisschen kennenzulernen hier kann man sich halt so einheiten bauen die dann aus unserer höhle hier rauskommen wollen wir mal ein davon ein davon und ein davon dann noch ein paar hiervon hier oben ist die vorrats oder die hat man die die warte schlange so zu sein die noch ein auftrag sind hier kann man special attacken einsetzen hier sind die erfahrungspunkte und wenn man kann natürlich auch noch andere machen hier für 100 können wir uns eine waffe kaufen die uns auf unsere höhle setzen hat denn los hier setzen wir die man da drauf kommen wir machen die feste die haben wir nichts drauf da hinein so schicken wir noch ein paar los und hier eine spezial attacke können wir einsetzen die aber natürlich nur den gegnern schadet und nicht uns so was ist das hier ach ja das gehört dazu kommen wir zum nächsten zeitalter sozusagen ach so kann man noch eine waffe ändern man kann man kann zwei drauf machen ne das glaube ich nicht aber es kostet auch tausend ist ja schweifel teuer verdammt wir müssen wieder was los sind dürfen nicht so pennen hier denn wir wollen das ganze ja auch irgendwie gut überstehen oder müllt möglichst gut ne die 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 musik ist auch ein bisschen kreik der bräuchte keine selber ein bonus das gut das ist gut heißt man die arbeit schon mal spart geblieben kommen bauen jetzt war das noch mal ein hier die nächste waffe kostet 200 nein egal brauchen wir ja eh noch nichts kommt ja gar keiner durch bis zu uns 4000 erfahrungen wir haben 1700 ein bisschen dauert es noch schießt mit eiern die sau ich habe die logische schärme da haben wir immer auf kopf und das ding schießt ist klar wenn das mal echt so wäre du jetzt schicken wir genau dasselbe los für die und gucken mal wie wir das ganze überstehen kommen wir schaffen hat los die schwäche zeigen nein wie konnte das passieren dann gar nicht so einfach hier so ich vielleicht mal die bessere waffe darauf setzen die weise nicht ich weiß es echt nicht 3000 erfahrungen wir verkaufen das mal gucken wie viel dafür kriegen naja war ja nicht so viel dann brauchen wir noch ein paar einheiten hinterher das sieht gut aus ja ja die basis angreifen das hier ist anscheinend die f die die lebenspunkte der basis die haben wir auch da drüben was ich hätte was gemacht ich will auch eine burg das geht man bestimmt mit der nächsten stufe warum kann der das jetzt schon machen ja 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 wie das sind die teuer verdammte kacke schön durch hauen da so was können wir denn jetzt für waffen bauen hier nicht schlecht ok aber auch wieder teurer geworden das ganze mir ist müde mir ist müde ihr könnt ja auch mal hier drunter schreiben was für flash games oder so ihr demnächst mal sehen wollt von mir dann kann ich das ja auch mal spielen dann brauche ich nicht immer so dumm durch die gegensuchen wäre auf jeden fall nicht wenn ihr mal was schreibt genau warum auch nicht in jeder aufnahme welcher und jetzt schon fast war das gibt es auch noch nicht aber ich glaube sie wollen wir noch nicht haben wir schon eigentlich wird ja immer wenn jemand da ist oder kommt oder sonst was denn die blätter und die b**** ja gleich können wir die erste waffe mal auf unser haus jetzt und zu war es jetzt schon das teil krass wie macht er da ja stechst alle ab heftig ja komm 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 ich will meine wunderbare waffe da hinsetzen komm schon ich brauch geld wie soll ich jetzt geld kriegen f7 und nicht gut aus das sieht gar nicht gut aus schnell 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 nein ja vielleicht kämpfen haut rein da macht sie kaputt die schweine greifen und dann ja vormsatz schafft ihr das war noch ein paar harte schleife dort und wieder die wunderschöne feil attacke aus dem himmel der liebe herr unterstützt uns vor wie viel geld und wo ist der punkt jetzt wo kann jetzt noch eine waffe hinsetzen würde mich mal interessieren komme ich will noch eine waffe setzen ich brauche noch ein paar los ihr macht hat vor wie viel geld heftig ja egal jetzt ist man einmal noch eine waffe 3000 kostet das jetzt ja ich neigen auch krass wie für euch 14.000 habe ich doch schon mal nicht man muss da ich noch draufklicken fällt mir aber auch früher ein dort hätte ich bestimmt schon lange haben können kommt macht sie fertig da komisch dass die stärker sind als die typen mit rüstung ich meine haben zwar schusswaffen trotzdem naja das mag schon alles seine richtigkeit haben wir können wir die waffen verkaufen wir können jetzt bestimmt viel viel geilere bauen vor wie laut das sound ist wohl zwar jetzt bestimmt nicht aber bei mir ist es extrem laut und kann ohne ich habe gar keine einheit mehr bauen scheiße annehmen wir das thema was passiert jetzt ah ja nee das war meine kanone was ist dann die spezial attacke hier warum ist das so alter was machen die denn da übertreibt ja ja